Hallo und willkommen zurück bei Pokémon Kristall. Ihr müsst leider entschuldigen, es ist für mich mehrere Monate her. Es ist unglaublich. Das letzte Mal habe ich gespielt am 1. Januar und heute ist der 25. Februar. Das seht ihr auch alle an dem Zeitstempel, wenn ihr darauf achtet. Wenn ihr nicht darauf achtet, macht nichts. Wir spielen weiter Pokémon Kristall in 60 Frames und keiner sieht's. Hallo, die See ist schön. Sonnenuntergänge über dem Meer sind wundervoll. Sing mit mir, yoho, Seebären sind so cool. Ich glaube, das hatte ich schon mal und hab ihm gesagt, nein, ich werde nicht mit dir singen. Was haben wir überhaupt? Wir haben Tanzer. Tauboga, Sandern, Seelibi und Lorblatt. Sandern haben wir, glaube ich, nur als Mittel zum Zweck, damit er den Zerschneider benutzen kann. Und Lorblatt haben wir aus welchen absurden Gründen auch immer. Ich glaube, um ihn benutzen zu können, wenn Seelibi versagt, wenn wir halt irgendeine Pflanzenattacke brauchen. Weil Seelibi hat, glaube ich, noch keine Pflanzenattacken. Ich muss kurz reinkommen, aber er hat Vitalglocke, Bodyguard, Antikkraft und Seer. Gut. Seelibi hat also noch keine Pflanzenattacken. Ihr müsst auch entschuldigen, wenn ich ab und zu ein bisschen sehr tief einatme und das langsam und lange mache, weil ich gerade ein bisschen Reizhusten habe. Wer mir auf Twitter folgt, atpasty.tv, weiß davon. Da habe ich das nämlich gesagt. Hafen von Oliviana City, Schnellboot Pier. Da gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken, was hier so los ist. Hallo? Wieder so ein ewig langer, unnötiger Gang. Warum gibt es diese Gänge überhaupt? Wegen der Immersion. Ha! Wie viele Angeln hast du? Moment, gute Ang... Ach, keine Ahnung. Mit verschiedenen Angeln fängst du verschiedene Pokémon. Okay, ich bin natürlich kein Angler. Was heißt natürlich, ich kenne viele Leute, die Angler sind. Scheint irgendwie der neue Trend zu sein. Es sind viele Leute in meiner Umgebung, die angeln. Aber man braucht doch nur eine Angelrute, oder? Lass verschiedene Köder, verschiedene Haken nehmen, aber du brauchst doch nur eine Angelrute. Warum würdest du mehrere brauchen? Hallo? Wir wollen nicht, dass du ins Wasser fällst. Darum lassen wir dich nicht herein. Okay, wie wäre es, wenn ich hier ins Wasser falle? Ach, geht ja nicht! Das Spiel ist von 97. Hier kannst du Muschers leicht fangen. An anderen Orten sind sie seltener. Tiefgründig. Und dein Pokémon Kristall ist nicht von 97, sondern von 98 bin ich der Meinung. Von 97 sind, glaube ich, Gold und Silber. Und Kristall kam ein Jahr später. So, wir gehen jetzt einfach mal, weil ich genau weiß, wo es hingehen muss, hier in diesen Leuchtturm. Nachts sind dunkle Straßen gefährlich. Auch das Meer wirkt viel bedrohlicher in der pechschwarzen Finsternis. Ohne das Licht des Leuchtturms könnte kein Schiff das Meer bereisen. Ja, das ist eine gute Erklärung. Leuchtturm von Olivianer City. Auch bekannt als Glitzerleuchtturm. Sind Leuchtturme heute überhaupt noch relevant, so in Zeiten von digitaler Navigation und so? Ich weiß nicht. So, das hier ist wieder ziemlich cool. Wieder eine Gegend, wo man viel mit Trainern kämpfen kann. Das mache ich viel lieber, als gegen wilde Pokémon zu kämpfen. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer in Olivianer City erhält. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Ach, der Seemann da draußen aber, hier hat mir eben gesagt, wofür der wirklich errichtet wurde. Nicht um die Pokémon zu ehren, sondern damit die Leute keinen Schiffbruch erleiden müssen, wenn sie auf die Küste zusteuern. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Ich finde es immer komisch, wie kommt es? Das ist ein ganz normaler Leuchtturm. Wie kommen denn die Trainer dazu, hier ihre Kämpfe auszufechten? Meine... Wie hat sich das etabliert? Wer war der Erste? So, hier sollten wir nicht durchfallen durch diese Löcher. Sonst landen wir im Stockwerk da drunter. Es gibt aber, glaube ich, später Löcher, in die wir springen müssen, um vorwärts zu kommen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Das sind Puzzle, die werde ich wieder herausfinden müssen. Hm? Dies ist kein Ort für Spielchen. Geh mal hier raus, kleines Mädchen. Ich werde jetzt mein Fucano nehmen, glaube ich. Und ich werde dich kaputt boxen. Gentleman Hubatschick Noctu in den Kampf. Ich hätte es wissen müssen. So ein Gentleman, der hat ja kein Fucano, der hat ein Noctu. Gentlemans mit Fucanos wären eher so erste Generation. Wir haben Walzer. Und ich weiß, Noctu hat nur Schnabel, wenn überhaupt. Also riskieren wir es einfach mal. Ich glaube, Flügelschlag lernt er viel später, wenn überhaupt. Aber schon nächste Runde, wenn er irgendwas Dummes macht, was er nämlich getan hat. Nämlich Gesicht, er hat was Dummes getan. Hä? Ach, egal. Also auf jeden Fall können wir ihn diese Runde besiegen. Tanzer ist ganz schön mächtig, wenn ich mir das so überlege. Tolle Sache, Mensch. Donnerwetter. Donnerwetter. Was haben wir gestaunt? Wann entwickelt sich Tanzer? Ich weiß es nicht. Ah, ich sehe, du meinst das ernst. Ja, keine Spielchen. Also jetzt raus hier, alter Mann. Soll ich dir deinen Krückstock holen? Soll ich dir über die Straße helfen? Was denn jetzt? Greg? Was willst du denn? Pest dir alles senkrecht? Greg, schön heute, oder? Ich habe alle möglichen Bären gefunden. Wenn du willst, teile ich mit dir. Ich warte hier, Route 31. Ja, okay, wisst ihr was? Das lohnt sich alles nicht wirklich. Die ganzen Gespräche sind echt witzlos. Wisst ihr, was ihr bekommt, wenn wir da hingehen? Drei Bären oder so ein Mist. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin über Bären hinaus. Hinweg. Äh, hinfort. Wie auch immer. Ganz oben ist ein Pokémon, das den Leuchtturm betreibt. Betreibt? Es ist immer gut, als ob es da arbeitet. Ich habe gehört, dass es krank ist und das normale Medizin nicht hilft. Alarm. Ich würde mal sagen, da ruft man den Pokémon Rettungsdienst. Sowas wird es bestimmt geben in so einer Welt. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Kleine Mädchen mit blauen Haaren auch nicht. Matrose Nepomuck. Wenn so ein Typ auf dich zugerannt kommt, auch in der Welt der Pokémon, dann würdest du wegrennen. Als kleines Mädchen. 10, 11 Jahre oder so. Du würdest nicht gegen ihn kämpfen wollen. Und dann hoffen müssen, dass er ein schlechtes Pokémon hat. Er kann den Bodychecken aus der Gegend. Da wurde ich sogar gefragt. Warum Tanta jede Runde Schaden genommen hat? Na, wegen Bodycheck. Also es gibt, Bodycheck ist eine Attacke, die ist so stark, dass der Ausführer jede Runde selber verletzt wird, wenn er die Attacke benutzt. Also gehe ich jetzt einfach mal frecherweise davon aus, dass meine Zuschauer Pokémon nicht so gut kennen. Und deshalb werde ich einfach damit fortfahren, Pokémon so zu erklären, als ob ihr das noch nie gespielt habt. Als ob ihr absolut gar keine Ahnung habt. Und wenn ich euch dadurch für doof verkaufe, dann kann ich meine Vorgehensweise immer noch ändern, wenn ihr meint, das ist absolut nicht notwendig. Dann kann ich das wiederum ändern. Aber der aktuelle Stand an Feedback für mich scheint so zu sein, dass ihr diese Erklärungen wünscht, weil ihr sonst nicht durchblickt. Uff, ich habe verloren. Mhm. Ja, das hast du wohl. Cool, ich habe schon lange nicht mehr verloren. Hey, bitte ne... Was? Es macht Spaß, dich herauszufordern. Ich rufe an, wenn ich stärker geworden bin. Nein! Du bist wohl ein Feigling. Ohohohohohohoho. Oh, das hättest du nicht sagen sollen. Das war ein Fehler, Junge. Ich will trotzdem nicht deine Telefonnummer. Ich bin ein kleines Mädchen, lass mich in Ruhe. Habe ich denn einen Supertrank? Wir brauchen... Ja, oh, großartig. Und Schweizer Aprikokos haben wir auch. Den schlechten Witz habe ich immer noch nicht vergessen. Obwohl ihr den sogar tatsächlich ganz gut fandet, wie ich gelesen habe. Okay. Gehen wir mal hier durch und weiter nach oben. So, und da seht ihr nämlich so einen Raum. Ach nee, das ist, glaube ich, ein Bonusraum. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist alles sehr lange her. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Warum? Was heißt... Was heißt denn... Was... Vogelfänger Eugen. Und der hat jetzt wieder fünf Taufsies, die alle gleichermaßen schwach sind. Weißt du was? Euch walzen wir alle in Grund und Boden. Zum Gaffen hier. Ich meine, um was zu gaffen? Um das kranke Pokémon anzugaffen, oder was? Weil warum bist du denn hier? Du stehst da auf dem Gang mit fünf Pokémon an deinem Gürtel. Wir roleplayen jetzt mal ein bisschen. Und du stehst da und wartest auf irgendwelche wildfremden Leute, die da langlaufen. Und dann beleidigst du sie, schnauzt sie an, sagst ihnen, sie sollen verschwinden. Und dann hättest du deine Haustiere auf sie. Das ist besser als das, was ich mache. Nämlich nach oben zu gehen, zu gucken, wo das Problem ist und sich zu erkundigen, ob ich helfen kann. Weil wir sind nämlich der Samariter, den diese Welt braucht. Und in jedem Pokémon-Spiel wird irgendein Kind die Welt retten. So war es ja schon immer. Und ich mag diesen Gedanken überhaupt nicht. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir mal ein Pokémon-Spiel bekämen, in dem man ein Erwachsener ist. Einer... Also ein... Es muss gar kein... Es kann ruhig eine erwachsene Geschichte sein. Nicht, die sind gut, die sind böse. Sondern eine erwachsene Geschichte. Ein erwachsener Typ oder eine erwachsene Frau. Und mit denen ist irgendwas vorgefallen oder sonst was. Und dann ziehen sie los und werden Pokémon-Trainer. Was weiß ich, keine Ahnung. Eine erwachsene Geschichte. Warum... Warum gibt es das nicht? Das kann ja sonst alles... Das kann ja alles... Äh... Ignorant sein und... Und naiv und so. Aber warum muss ich unbedingt ein Kind spielen? Ich mag Filme und Geschichten nicht, in denen Kinder die Helden sind. Wirklich nicht. Absolut nicht. Du sorgst dich wirklich. Ja. Ja, ich bin nicht nur zum Gaffen hier. Affenkopf. Mama schon wieder. Och Mensch, jetzt halt die Klappe. Ja, du hast mein... Du hast eine tolle Puppe gesehen. Und du hast dieses dekorative Item von meinem Geld gekauft. Großartig. Wie großartig, dass du von meinem Geld, was ich dir gesagt habe, du sollst das sparen, eine Puppe gekauft hast. Großartig. Warum habe ich nochmal eine Mutter? Wie zum Geil bist du hier hochgekommen. Ich möchte das kranke Pokémon besuchen, aber ich schaffe es nicht bis nach oben. Nein. Und weißt du auch warum? Weil du hier stehst und so machst. Und wenn du das machst die ganze Zeit, dann wirst du nie oben ankommen. Weißt du, was du tun musst? Du musst gehen. Und zwar in diese Richtung. Und dann wirst du auch irgendwann ankommen. Wenn du dir da aber die Beine in den Bauch stehst und Wurzeln schlägst, dann kommst du tatsächlich nie an. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Das war ja ziemlich zivilisiert. Eigentlich hätte er fragen müssen, möchtest du mit mir kämpfen? Gentleman Felix. Der hat das Fulcano. Ha! Ich hab's doch gewusst. Mach mal zum Bellen das Maul zu und wackel dann mit dem Schwanz. Jaja, so wie das ein ordentlicher Hund macht. Walz die Scheiße aus ihm raus. Ich weiß gar nicht, ist das Walzer sehr effektiv gegen Feuer oder nicht? Ja, ist es. Großartig. Ich kann mir bei Steinattacken nie merken, ob sehr effektiv ist. Ich weiß, dass Boden gegen Feuer und Gift sehr effektiv ist, aber Stein gegen Feuer bin ich mir nie sicher. Und Stein gegen Gift weiß ich auch nicht. Stein ist so einer dieser Typen, bei denen ich es echt nicht weiß. Hauptsächlich deshalb, weil es kaum Steinattacken gibt oder gab. Oder wenn, dann benutzt man sie halt gegen Flug. Und wenn man einen Feuergegner hat, dann benutzt man eine Bodenattacke. Und es gab in meiner Hochzeit, in der ich viel Pokémon gespielt habe, nur Stein-Boden-Kreuzung. Jedes Stein-Pokémon konnte auch Bodenattacken. Und das ist heute wahrscheinlich immer noch so. Es gibt auch pure Stein-Pokémon, aber die haben trotzdem irgendeine Bodenattacke. Hm. Ich muss mehr trainieren. So, mein Tanzer brennt. Das ist nicht gut. Jasmin trainierte früher Gestein-Pokémon wie Onyx. Jasmin ist die Arena-Leiterin von Odevianna City, um ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Aber heute trainiert sie Stahl-Pokémon. Wie Stahlos. Das ist nämlich Onyx Weiterentwicklung. Wir werden jetzt erstmal mein Pokémon heilen. Was brauchen wir da? Eisbeere. Selbstheilung bei Brand. Bam! Oh yeah! Ja, eine Brandbeere heilt Erfrierung. Es ist genau andersrum. Ich habe sogar noch nur normale Beere. Weißt du was? Die kriegst du jetzt mal. Hat er wahrscheinlich schon. Ha! Gut, dann brauche ich ja gar keine. Ähm. Ja, den Supertrank brauche ich jetzt nicht verschwenden. Der hat noch 30 KP. 30 von 30. Wer bist du? Egal. Wir gehen mal hier runter. Ich glaube, da müssen wir nämlich reinspringen. Oder? Was ist denn hier? Ich meine, solange wie es hier keine wilden Pokémon gibt, kann man ruhig mal erkunden. Jasmin muss krank versorgen um das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Ja. Ne. So ist es halt manchmal. Wer bist du? Ferdinand. Ferdinand. Keine Ahnung. Mir fällt zu Ferdinand nichts ein. Wer hieß denn Ferdinand? Niemand. Niemand heißt Ferdinand. Es tut mir leid, wenn du Ferdinand heißt. Einer der Zuschauer. Aber. Ich kenne niemanden, der Ferdinand heißt. Ich wollte erst irgendeinen Bezug zu irgendeiner berühmten Persönlichkeit machen. Vielleicht bleimiere ich mich jetzt auch, weil es einen ganz berühmten Ferdinand gibt. Aber ich kenne keinen. Ne. Anders. Wahrscheinlich kenne ich schon einen, aber er fällt mir nicht ein. Ich weiß nicht. Ferdinand? Wann, warum ist denn dieses Rotzkrabbi so schnell? Jetzt mach schon deinen Behindertenbodycheck. Kann ja nicht so schwer sein. So. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Der verletzt dich ja. Das war ganz schlecht. Okay, noch ein Krabbi. Noch ein Krabbi. Okay, dann holen wir uns jetzt hier... Seelibi, verdammt. Wir nehmen nicht Lorblatt. Wir nehmen Seelibi. Seelibi. Seelibi wird ja wohl irgendwann eine Pflanzenattacke lernen. Ich weiß, dass Tanzer und später Forst Stelker kaum irgendwelche sinnvollen Attacken lernen. Und das ist sehr tragisch. Das heißt, ich muss ihm eigentlich alles, was ich von ihm erwarte, selber beibringen. Und das ist durchaus ein Problem. Hier haben wir eben sehr schöne Sachen gesehen, dass alle Statuswerte von Seelibi gestiegen sind. Passiert manchmal, wenn man Antikraft benutzt. Alle Statuswerte. Das ist der einzige Grund, warum man es nur fünfmal benutzen kann. Ansonsten ist es eine Steinattacke mit 60 Angriffsschaden. Das ist nicht sonderlich viel. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe den in den Arsch getreten. Und der war ziemlich breit. Apropos krank. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Anemonia City eine gute Apotheke geben soll. Ja, genau. Aber das weiß mein Charakter noch nicht. Heftiges Rollenspiel. Ich weiß das. Aber der Pokémon-Trainer in dem Spiel weiß das noch nicht. Und deshalb muss ich erstmal hochgehen, wo Jasmin mir offiziell sagt, ich muss nach Anemonia City. Ansonsten bin ich in Anemonia City und bekomme die Medizin nicht. Weil ich nicht danach fragen kann. Weil ich gar nicht davon weiß. Aber es ist immer sehr merkwürdig. TM 34. Wofür ist denn die? Äh. Wo haben wir die denn? Angeberei. Verwirrt und hebt Angriffswert. Des Gegners. Es ist sehr merkwürdig. Man verwirrt damit den Gegner, aber gleichzeitig steigt der Angriff des Gegners. Das heißt, mit dem Steigen des Angriffs tut man dem Gegner etwas Gutes. Aber er ist verwirrt. Und ich bin der Meinung, es ist dadurch eine extra starke Verwirrung. Denn wenn er sich selber verletzt, durch die Verwirrung, hat er einen stark gesteigerten Angriffswert und wird sich sehr stark verletzen. Aber wenn er sich nicht selber verletzt, hat er einen stark erhöhten Angriffswert und pfeffert dir ein paar Klatschen an die Backen, dass du guckst. Das heißt, mit dem Steigen des Angriffswerts und Pfefferts und Pfefferts und Pfefferts und Pfefferts und Pfefferts.